Wir präsentieren Fold & Coat von Livington, den kompakten, kabellosen Powerventilator, der sich zu Ihrer kraftvollen Windmaschine ausklappen lässt und über einen Meter ausziehbar ist. Dank dem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku können Sie ihn überall hin mitnehmen. Und jede Ladung sorgt für bis zu 10 Stunden angenehm kühle Luft. Livington Fold & Coat ist so kraftvoll, dass der Luftstrom bis zur anderen Seite dieses Raumes reicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren ist Fold & Coat eine absolute Windmaschine. Perfekt für heiße Tage und auch Nächte. Fold & Coat ist flüsterleise und verfügt über drei Intensitätsstufen. Verwenden Sie die niedrigste Stufe zum Fernsehen oder um die Sommerhitze auf der Terrasse zu bekämpfen. Oder drehen Sie ihn voll auf für eine erfrischende Brise in der Küche. Sehen Sie sich diese Windstärke an. Nutzen Sie die stufenlos einstellbare Teleskopstange, um den angenehmen Luftstrom über das Bett zu bringen. Ihre Familie wird auch bei der größten Hitze angenehm schlafen können. Verwenden Sie Fold & Coat am Esstisch, beim Trainieren oder nutzen Sie ihn bequem auf dem Schreibtisch. Livington Fold & Coat wird Ihnen auch perfekte Dienste beim Relaxen zu Hause leisten. Die Kinder haben es beim Lernen wieder angenehm kühl und auch in der heißen Hobbywerkstatt herrscht endlich wieder angenehmes Klima. Danach mit nur einem Handgriff zusammenklappen und leicht verstauen. Livington Fold & Coat ist Ihr revolutionärer Powerventilator für eine kraftvolle erfrischende Brise überall, wo Sie es brauchen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Ventilatoren ist Fold & Coat eine absolute Windmaschine. Perfekt für heiße Tage und auch Nächte.